guten morgen meine damen und herren es ist sonntag früh und es ist zwar die sonne scheint ist alles schön aber es ist kalt und es gibt nichts schlimmeres wie an einem morgen innerhalb halber stunde zweimal in ein kaltes auto rein zu sitzen einmal die herfahrt und einfach jetzt in dem bus und mit dem anhänger dran und dann geht es für mich heute los und zwar hole ich heute zwei fahrzeuge halt stopp zuerst hole ich nur ein auto ab habe zwar beide genommen kann aber nur ein jetzt abholen mit dem hänger der andere wäre fahrbereit wollte aber an einem sonntag niemanden stressen und sagt kann der andere wirklich fahrbereit ich wollte einfach zweimal sind halt zwar 200 kilometer zurück aber ich fahre mit dem bus eventuell für praktische einigkeiten noch mitzunehmen wenn ihr denkt hey sonntag mutlu warum ich nicht zu hause ist kann ich euch auch sagen sohnemann ist bei seinem kumpel heute die tochter geht heute die geht ja immer wieder reiten sehr ihr größter hobby da dies auch heute weg frau hat genug zu tun habe ich das ist deine möglichkeit jetzt was zu machen man könnte sich auch ausruhen aber ihr wisst ja ich mache das sehr gern dass ich da umeinander fahre um einfach mal autos holen und ich weiß nicht warum ich schon zum zweiten mal um den kraften laufe aber egal vielleicht auch die kälte weil mein körper mag überhaupt keine kälte so bin bei herr bilgin hier hallo und zwar ist der herr bilgin ist ein prüfingenieur sachverständiger genau hier in saarbrücken ne völklingen völklingen ja und er hat halt paar alte schätze noch hier so rumliegen und die gucken uns mal an die er seit jahren liegen hat und sagt jetzt endlich jetzt müssen sie weg und deswegen hat er sich bei mir gemeldet jetzt bin ich hier wir haben einmal hier hinten ein e36 coupé 328 wo wir bis jetzt noch nicht wissen wie viele kilometer der hat und der andere steht da drin auch eine e36 cabrio die gab es leider leider gab es den nur als paket ich will eigentlich nur den coupé und er sagt nein und dieses auto hast du seit den hatte ich mal mit 18 15 jahren jetzt jetzt ist ganz ganz wichtig ich zeige euch die autos aber ihr müsst euch ein bisschen zurückhalten weg die finger weg von der tastatur diese autos wurden vor jahren umgebaut ja also das würdest du heute so nicht mehr machen so es sind halt tuning sünden von damals oder damals war es halt so aber jetzt ist es jetzt halt so wie es ist und du hast auch seit 15 jahren eigentlich aber seit fünf sechs jahren nicht mehr in betrieb gewesen genau er habe sagt ja ich logische tüvprüfer macht doch schon tüv ist aber mit arbeit verbunden er hat aber geguckt dass er zum laufen bringt weil der ist nicht mehr gelaufen spritpumpe war voll mit altem sprit plus spulen waren ein spritz düsen 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 waren voll wahrscheinlich zu verklebt was wahrscheinlich beim anderen auch schon ist gehen wir davon aus es ist ein ex 320 mit einem jetzt im 50 325 also im 50 b 25 ohne warner verbaut das ist eigentlich ein vorteil leider ist es kein original 325 hat zwar die hier die farbe ist aber auch kein echter technologie aber der andere ist original jetzt gehen wir mal ein bisschen rum also zuerst die negativen sachen und dann die positiven sachen verdeckt sieht soweit gut ist ja kein nachteil sieht soweit gut aus auto ursprünglich blau werden wir natürlich diese verbreitungen hier angucken was früher schweine geld gekostet hat wird jetzt unabhängig von der felge die so aussieht die kann man natürlich ersatzteil mäßig aus wechseln die außenbetten das ist nicht das problem aber was euch hier vielleicht auffällt dass da keine leisten mehr dran sind die hier die wurden damals raus gemacht du weißt aber nicht ob das verzinkt oder sprach wann wurde es gemacht über zehn jahre man sieht es jetzt nicht unbedingt ne also wenn es gespachtelter wäre es eigentlich schon rausgekommen natürlich hat er jetzt kein m paket ist clean hat die wertvollen scheinwerfer drin nicht böse blick war damals auch muss muss und ist wie gesagt kein m paket ich sehe hier gerade ein e 46 lenkrad verbaut geht die multifunktion gute frage ich glaube nicht mach mal an nein was nicht gehen was sondern da gehen wenn ich musik jetzt an machen soll da wird nichts gehen weil der hatte gar keine gar keine vorbereitung dafür was aber hat klimaanlage geht die normalerweise ja okay er ist ja für deck da fensterheber und so weiter schalter und hat auf der uhr 200 2000 drauf stimmen die 200 zeit ich denke schon du weißt ja auch nicht schwierig nachzuvollziehen das kannst du heute alles nicht mehr nachvollziehen ich sage immer wenn der motor gut läuft ist schon mal die halbe miete sind die räder oder so fahrwerk eingetragen was da sind eingetragen fahrwerk weiß ich gar nicht aber der der prüfer hat damals einen fehler gemacht das sind zehn jolt felgen und da hat irgendwie nur neuneinhalb jolt eingetragen der wollte das im nachhinein hat er gesagt kommt vorbei wir korrigieren das dann haben wir den weg irgendwie nicht mehr das war der tüff rheinland in völklingen ja wann waren das über zehn jahren ja da brauchst du jetzt nicht mehr hingehen was das für eine abgasanlage ich glaube das ist nur g power endrohre nur endrohre ok weil der hat ja auch kein m paket hinten das ist nur diffuser wo du mal irgendwann kaufen konntest was so aussieht wie m paket ja und hier hat so ein zwei sachen gepackst das was man früher mal so gemacht hat sind halt keine sportsitze die müsste man sowieso nicht immer austauschen gegen sportsitze mittelarm lehne drin ja rücksitz geht also ich musste ja ein paket kaufen das heißt diese cabrio hier der wird auch wieder verkauft wenn jemand wirklich auf sowas vor hat mit clean und verbreitete kotflügel und so kann er sich ruhig bei mir melden ja wir werden uns irgendwie eigentlich warum ich aber eigentlich da bin ich krieg noch zwei fergensätze wurde noch privat von früher noch gehören die kriege ich noch mit und dann gehen wir mal zum coupé so der coupé war für mich interessanter weil der ist wirklich techno violett so sieht er aus auch noch nicht in die tasten das könnt ihr alles am schluss machen nicht in die tasten rein schreiben es ist auch eine umbau von damals hat aber französische papiere das heißt einzelabnahme schnickschnack musste hier alles machen und was haben sie hier gemacht nichts anderes auch diese radläufe klar von damals die käschen felgen das sind glaube ich nur mit so edelstahl betten ja das sind ja das ist ein edelstahl betten gewesen glaube ich damals aber in 18 zoll leiste defekt auch lackiert war auch typisch damals chrome türgriffe typisch damals und natürlich hier die beliebten spiegel jeder hat sie gekauft und natürlich ja diese chrome angel ice wieso wieso ist denn da noch ding habt ihr denn nur abgeschleppt oder gezogen oder aber der hat original m paket ja also allein nur anhand der farbe könnte ich mir es denken dass es augen ein paket ist weil technoviole war nicht ohne grund meistens und da ist die farbe original mit dem auto habt ihr im prinzip selber nichts so groß am hut kappt ja der umbau hier aber ich finde den halter cool dass der nicht hin und her wackelt darf halt nicht hin muss wieder raus klar soll aber ein 2 8 sein und du hast gesagt der kunde hat beim bmw im neuen motor irgendwann reingritten hat damals 8000 euro oder sowas bezahlt dort berichtet wir wissen bei dem aber immer noch nicht wie viele kilometer der hat das schlimme ist ja nehmen wir an ich mache damit der blitzplan das und jenes und ich erzähle morgen euch beim verkauf hält ist ein neuer motor drin wie viele leute glauben zu mir nachweist ist jetzt schwierig aber warte mal der wurde ja bei bmw gemacht aber in frankreich genau vielleicht in der datenbank bei bmw das laut fragestellnummer und wenn das drinsteht das darf ich jetzt hier gar nicht laut sagen wir sagen wir wieder mehr geld der hat halt so paar sünden innen drin da müsst ihr euch auch hier diejenigen die hier die ganzen e 36 teile zu hause bunkern in dem keller wir müssen mal hier ein bisschen die teile bis lockerer machen und zwar kommen die größten sachen jetzt grad sowas geht heute leider nicht mehr und diese chromringe im tacho okay habe ich nicht immer ein problem damit so bord computer hat leider keine klimaanlage kein großen bord computer oder der großen bord kommt ich glaube nicht so hat aber sie zeit zum türverkleidung hier defekt also ein paar kleinigkeiten und dann eine sitze war derjenige aus frankreich motiviert hier mit dem emblem hier oben auch rücksitze gehen eigentlich himmel hängt halt noch ein bisschen runter aber es hat ein original 328 und natürlich reitlenkrad damals war musst du haben die bitte immer noch vier fünfhundert euro bei ebay gib mir ein original ist dann kriegst denn wieder aber ich will ein paket lenkrad das sind ja die großen so dann natürlich fehlt hier noch so die verkleidung warum auch immer das auto habt ihr so nie bewegt und ich habe vorher auch mit dem mit dem heinz gesprungen funkt mit dem rad wir können sie auch sehen da kann mir diese radläufe hinten wieder gut machen einem cabrio habe ich gar keinen bock einfach zu machen aber der kann mir die wieder gut machen und vorne muss halt zwei neue kurzflügel rein machen so dass wir der original aussieht ich würde ihn auch gerne als 328 erlassen einfach nur frisch machen schön machen wieder und gut aber ein problem hat ja und zwar hat er hier rost und das geht hier auch drunter da hat wahrscheinlich irgendwann eine gekriegt oder oder keine ahnung wie das zustande kommt die ist halt auch schon 30 jahre alt obwohl ich glaube mit dem mann dass der schon 30 ist der cabrio müsste 97 98 sein einer letzten und der cabrio ist aber einer der ersten weil 92 glaube ich ja was waren die ersten 90 oder cabrio kam er später später das sind die schon mittlerweile reingeschrieben also in kommentare steht schon drin bis gab es auch erst später zuerst kamen die limos und dann coupé cabrio und dann touring dann kamen die ersten limos 90 90 90 90 glaube ich war das und da war halt damals ein 3 25 mitgliederausstattung was sagst du was ist da drin nichts wahrscheinlich nichts wirklich nichts doch geschiebedach im bus geschiebedach ja aber sonst im großen ganzen habe ich jetzt mal da drunter geguckt wir könnten jetzt auch auf die auf die bühne fahren und eigentlich kannst du da nicht dann tüv machen wenn alles in ordnung wäre theoretisch ja heute nicht aber theoretisch könntest du mir wenn alles in ordnung ist aber den kannst du nicht mal fahren dann könnte man nicht mal eine abgasuntersuchung machen weil wahrscheinlich auch pumpe alles bei dem fest sitzt und da ich einen schönen coupé haben wollte finde ich den als basis jetzt man könnte auch einen nehmen der weniger arbeit hat eine karosse ja aber dann wiederum schwierigen techno violett viele feiern dass das ich mich jetzt auf die farbe einlässt und nichts schwarz macht ja vermutlich schon was für abgasanlage das ist auch original topf ja auch noch blende ja das ist ein original topf so wie es aussieht ich würde gern sehen also wenigstens alles safe gemacht nur dass wir noch nicht wissen wie viele kilometer hat dass man batterie bringen ja dass man manchmal überbrücken was ist wenn er jetzt 100 hat wird er nicht haben ich weiß es nicht also wenn er 300 hat also wenn er 100 hat werde ich mich ärgern du weißt dass er nicht 100 hat ich weiß es wirklich also ich glaube dass der das wird jetzt eine überraschung sein für uns er weiß nämlich echt nicht ich denke dass der so 260.000 270.000 aber wenn der neue motor gekriegt hat ganz ehrlich und du hast den 328er zerlegt den 28er motor zerlegt dass du einen neuen motor kriegst gibt es nur einen in meinen augen nur einen einzigen grund warum der motor kaputt war oder öl verbraucht wahrscheinlich oder sonst was wenn du ihn kalt gegeben hast das weiß ich von meiner frau weil sie hat auch immer gesagt der 328er geht am besten wenn er kalt ist früher das gucken wir jetzt aber warum wieso weshalb dann gucke ich natürlich auch eine bei bmw in der historie ob vielleicht wirklich was nachvollziehen ist seit wann steht er seit wann ist er abgemeldet acht bis zehn jahre echt seitdem auch nicht gestartet okay mit der großbaustelle eigentlich sollte ich ihn so wie er es zum rab aber das ist echt gut du hast schon genug groß bei mir was ich aber viel cool finde dass er die ausstellfenster hat aber nicht elektrisch das ist nicht elektrisch die gibt es glaube ich elektrisch oder irre ich mich war es nur beim e46 so nein e36 gab es auch elektrisch schreibt mir rein ihr wisst das besser manuel kannst du aufmachen sieht halt fett aus wenn du schöne räder hast die flügel ausgestellt aber was ich feststellen muss und das wird wahrscheinlich wieder etwas teures hier diese ganzen dichtungen müssen einmal gemacht werden ja also typisch kapitel weil sich auch da immer viel arbeitet hier immer dieses hoch runter hoch runter wir machen das jetzt so wir wollen mal ein akku packt und dann probieren mal also nicht starten sondern nur mal gucken wie viel kilometer der hat der hört man auf die pumpe dann vielleicht der da hinten der 335 diesel diese der ist zu verkaufen der ist zu verkaufen der wurde umgebaut für die rennstrecke für 14 meilen rennen keine zulassung keine zulassung steht auch schon eine weile oder seit sechs monaten ich blende noch mal die adresse hier ein falls jemand interesse daran hat der ist komplett gemacht komplett gemacht tth turbolader 50d einspritzpumpe ladeluftkühler hat alles was man für die rennstrecke braucht eine viertelmeile rennen 335 diesel was hat der anleistung so 440 ps 900 newtonmeter okay aber wie gesagt ohne straßen zulassung wirklich nur für viertelmeile events außer rüstet zurück klar dann aber nicht downpipe und so auch dpf ist umgebaut für die leistung ok ok muss ja aber aber ist eine sonderfarbe das ist eine sonderlackierung original vom bmw ja gab es glaube ich auch nur zwei mal in deutschland du kannst das mal also hier ist zu sind auf jeden fall felgen vom nachfolger drauf ne die sind vom aktuellen m4 jetzt nach nachfolger der nachfolger von dem ist f reihe ja da steht sonderlackierung ja sonderlackierung und was sind das für farbe das ist jetzt so beig das war damals auch ein mitarbeiter vom bmw wo das fahrzeug ist ich glaube ein ingenieur was hat ein kilometer 250 ungefähr aber ich glaube das ding marschiert gut oder das ding geht richtig gut ja wie 450 ps 440 er ist der 335 diesel was für ein baugier ist das 28 oder 29 von dem dreh dann ist es ich weiß es gar nicht dafür gar nicht groß eigentlich da dazusehen soweit ich weiß die doch die doppel lager dann ein kleiner ein kleiner ein kleiner und die motoren sind eigentlich so gut ist also sind ja um e60 und so verbaut daher weiß ich also wenn jemand für eine rennstrecke ein auto braucht ein coupé sieht gut aus sonderfarbe und nicht immer von der rennstrecke runterfahren muss um zu tanken weil mit dem diesel komme ich weiter also früher im originalzustand wurde der mit sieben liter bewegt also 900 kilometer je nachdem was für ein tank lassen jetzt ein paar liter mehr schlucken aber cool und preis sagst du hier um die 15.000 also wenn ihr so was sucht und also im großen ganzen sieht er auch gut aus mit der farbe hatten ist farbe original schwarz gemacht okay so sieht das dach aus mit schiebedach und hat eigentlich eine relativ gute ausstattung und hat eine gute ausstattung was heißt ja ausstattung gute ausstattung eigentlich standard eigentlich relativ viel eine tempomat und so hat er noch ja schwarzer himmel ich bin ja hier reingelaufen habe jetzt schon auf das auto sofort angeguckt ich dachte das sind benzine hatten die diesel auch so zwei euro ja original aber wie 335i jetzt gucken wir mal ob man den e36 mal gucken können wie viel batterie ist dran drei schlüssel drei schlüssel also das ist normaler schlüssel das ist service schlüssel und der schwarze ist auch service schlüssel sage ich jetzt mal keine ahnung was ich mache jetzt mal ein schlüssel rein jetzt stellt sich heraus ob du noch was drauf bezahlen muss oder nicht definitiv muss ich nichts auf bezahlen musste was denn jetzt 195 moment 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 das ist eigentlich sollte ich jetzt einfach nur drehen wenn du wüsstest was wir beim kapitel erlebt haben die die punkte meinst du springt nicht an das so das ist kein sprit mehr das ist kleber was im tank drin ist das was im tank drin ist das ist kleber und wenn du dieses klebzeug nach vorne pumpst einspritz düse du kannst alles wechseln also marco hat gesagt hier bremsereinigereien und los wahrscheinlich nee der ist ja auch nicht mehr so der passt ja auch auf aber also der sprit ist mindestens acht jahre alt mindestens ja aber das ist nicht so schlimm also ich habe angst vor sprit wo 15 jahre 20 jahre alt sind wenn du hast wenn du willst probier aber ich empfehle es nicht aber wenn man sagt hier wo wir nicht wo wir dieses scheiß drauf oder war ich drehe mal ich drehe mal nur kurz mal er wird ja wahrscheinlich ähnlich anspringen gleich ich habe angst da geht gar nicht warte entweder ist der andere anlass richtig moment vielleicht muss ich einfach nur wenn es in 97 98 ist doch acht jahre ist nicht so schlimm das gibt es nicht das gibt es nicht ob das jetzt gut ist das was ich mache ist ja es wird dir ich wollte nämlich auf den anhänger drauf schieben gleich gut er geht jetzt aus klar aber geht aus noch einmal für mein verband er wird es wenig glauben ja was will ich glauben dass das auto leucht der läuft gut aber er geht halt nach einer weise wieder aus ja so hätte ich jetzt nicht gedacht jetzt machen wir mal so du startest noch mal schwind und ich gucke mal schwind nur hier rein ist ja für mich immer ein gutes zeichen wenn er schon mal läuft bevor ich ein auto mitnehmen der nicht läuft so aber er läuft gut er läuft echt gut warte dass der acht jahre nicht gelaufen ist sehr sehr gut ich bin jetzt ein bisschen der arsch gegangen hast du gedacht es gibt jetzt einen schlag passiert doch nichts was soll da passieren ein robuster motor gut zumindest müssen wir nicht mal drauf schieben können wir fahren ich würde da jetzt ungern noch gas geben das will ich jetzt nicht aber irgendwo zieht der Fallstoff ich würde nochmal vorsichtig sein ich will ihn auch nicht warm laufen lassen das machen wir jetzt nicht trotzdem kommt alles raus und wird frisch gemacht ja ja einmal komplett Herr Raab haben sie Lust auf das Ding wenn ich wirklich ausreden muss kann er auch gleich den Rest machen Herr Raab liebt sowas so alte Sachen wieder in Leben zu wecken Obwohl das jetzt nicht so alt ist aber ne jetzt gucken wir mal schönes Projekt denke ich mal wenn der dann später fertig ist dann wird der richtig schön dastehen aber dafür bis dahin geht noch viel ein bisschen gut aber man muss es dazu sagen natürlich gerade vorhin auch darüber gesprochen es geht Geld rein aber man sieht natürlich auch hinterher was gemacht ist und wenn ich natürlich durch die Historie jetzt auch nochmal etwas mitkriege was sinnvoll ist wird nie diesen Wert haben wie aus erster Hand ja 38er 39 Jahre im Besitz von dem Opa und hat 250 Glauben von mir es wird nie diesen Wert haben weil auch keine Klimaanlage er hat gesagt kann es nachrüsten klar wenn man das machen will wenn es einer will ne aber ich lass so mach hier die Fenster auf hier hier runter schiebe das auf Musik an im Sommer fertig wer braucht Klima ein Coupé sag ich jetzt mal also stehst du im Stau in der Türkei oder so jetzt macht er mir wieder Angst wie gesagt komm jetzt Hänger positionieren dass wir den rausfahren dann sagt er geht die Kupplung probier mal warum ja nicht dass das Luftungssystem ja wird er nicht haben glaub mir boah ist der hart oh Kupplung kommt nicht mehr Alter das Luftungssystem guck mal ein paar Mal boah komm ich gar nicht durch mach mal mit laufendem Motor ja das bringt ja nicht mehr Moment mal geh boah mach hier schon Petalerie rum da hat kein Sprit mehr drin ja hörst du das? ja hat kein Sprit mehr drin und Kupplung geht auch nicht das ist Luft das ist das hatte der im Cabrio hatte der das auch gell dann dann pumpst du 10-20 Mal und dann geht das wieder aber guck mal dafür biege ich da alles jetzt springt er auf jeden Fall nicht mehr an kann aber auch sein dass er wirklich kein Sprit mehr hat so hat er sich angehört ne und Kupplung auch scheiße doch billiger so der ist aufgeladen mir ist grad was aufgefallen schaut mal her wenn die Sonne drauf scheint dann sieht es brutal aus gell die Farbe zwischen lila und blau wächst ich sehe schon wieder hier guck mal da ist auch was Lackbesprung Gott sei Dank muss ich erst noch bezahlen das nicht so genau ja gut den Bereich muss ich ja sowieso wahrscheinlich lackieren denn unter dem Bereich dann gucken wir es uns mal an was vom Lackbild ja nicht passt ne ansonsten musst du halt Türe mit lackieren und so aber guck mal aber ich will den schon wieder in die original Farbe aber ich will auch die Leisten wieder in original Zustand haben diese was lackiert wurden ob man die jetzt nochmal lackieren können aber die sind teilweise gebrochen die sind auch gebrochen zeige ich euch auch warum wahrscheinlich weil es denn hier zu weit raus drückt ne durch die Verbreiterung ja da ist auch Luft deswegen ist der auch irgendwann hier gebrochen und den Cabrio du musst nicht gucken wahrscheinlich nicht in ein zwei Wochen wenn jemand aber aus Saarbrücken zufällig mit einem leeren Anhänger Richtung Heilbronn Stuttgart oder so fährt könnte es mir bitte Bescheid geben vielleicht mitnehmen ich zahle natürlich brauchst halt nicht leer fahren nimmst ein Auto mit ich zahle das natürlich und dann machen wir den Rest so unter uns und fertig ich ziehe jetzt wieder los vielen Dank Herr Wilhelm wir sehen uns nachher nochmal bis dann ich wollte eigentlich gehen jetzt ist er motiviert und sagt starte doch mal den anderen auch mal ja musst du ja wissen was du kaufst ja ja aber mir war ja wichtig dass der andere starte starte oh Schaltwegverkürzung junge junge und bei dem war die Kupplung auch so ja aber nach 20 mal pumpen ging das dann ne 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 na ne sein sollte der mir mitbringen kann ich dankbar zahlen natürlich auch ein sprit geld so bis zu mir und so also da wird man schon eigentlich ich bin wieder da also mir gefällt die farbe immer mehr ich bin ehrlich ich weiß nicht ob ich die farbe jetzt so lackieren lassen hätte aber bei diesem fahrzeug gehört die farbe so drauf und mittlerweile so gefällt es mir auch so aber ich lade heute nicht mehr ab ich gehe jetzt direkt nach hause es ist echt schon spät und ich freue mich drauf und jetzt können die kommentare reinhauen also groß umbau sage ich von anfang an nicht er wird komplett original karosserie wieder und ja und um das was wir so machen nach farbe und bisschen schöner als so wie er jetzt steht also 36 kupé stand noch auf meiner list das wüsste aber auch schon der also ich habe es natürlich für was anders gewollt eigentlich was ich gerne umgebaut hätte der ist zwar verbastelt aber er ist nicht schlecht aus dem grund wird der original getreu mit bisschen plus original plus gemacht aber ich bin ja mit einem kupé gerade dann da muss ich aber irgendwann noch da hoch richtung norden fahren um abzuholen das wird dann eine großbaustelle jetzt aber ich bin ja ich bin ja ich bin ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017